Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und was will man sagen? Endlich ist dieser Drecks Bitcoin ETF oder Spot ETF endlich genehmigt. Ich kann dieses Scheiß-Thema ohne Scheiß auf YouTube, auf den ganzen News-Siten, ich kann es einfach nicht mehr hören. Das Thema ist durch, wir haben einen leichten Pump gesehen nochmal bis auf ungefähr 47.600 US-Dollar, nachdem wir zuvor nochmal diesen Wiki geholt haben. Seitdem pendeln wir hier so ein bisschen um das Golden Pocket bzw. werden jetzt so die letzte Stunde wieder etwas abverkauft. Alles nicht wirklich schlimm, wir haben keinen Mega-Pump mehr jetzt gesehen, wir haben eigentlich alle relevanten Level abgearbeitet, die wir auch schon gestern besprochen haben. Wie das jetzt weitergeht, was heute noch so ansteht und ob jetzt endlich mal ein bisschen Normalität hier wieder einkehrt, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnierst den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Trading sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr Forex, Stocks und natürlich auch Kryptowährungen alles traden und natürlich auch Aktien, wenn ihr Bock darauf habt. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 46.800 US-Dollar, rein charttechnisch, haben wir die letzten Tage schon darüber gesprochen, dass so die 48k bis 50k so unser Maximalziel ist. Diesen Bereich haben wir eigentlich abgearbeitet, zumindest mal dieses Mindestziel von 48.000 US-Dollar gestern schon, nachdem eben diese ETF-News, sorry, wenn ich es nochmal erwähnen muss, aber gehört halt jetzt nochmal dazu, nachdem diese ETF-News eben bekannt geworden sind, gab es eben diesen Fake-Pump, weil es ja auch nur Fake-News waren gestern oder vorgestern besser gesagt. Und daraufhin konsolidieren wir jetzt so die letzten Stunden, also wirkliche Impulse sind da jetzt nicht mehr reingekommen. Wenn wir uns die Funding-Rates angucken, minimal angestiegen, aber jetzt auch nichts wirklich riesengroßes, also alles im neutralen Bereich. Wenn wir uns das Open Interest angucken, das ist zum Beispiel wieder ein bisschen zurückgegangen, hat natürlich auch damit zu tun, nachdem wir hier gestern einiges wieder rausliquidiert haben mit eben diesem WIG, der jetzt dann doch nochmal etwas stärker abverkauft wurde, ansonsten sind wir komplett neutral, hier sind wir auf neutralen Terrain. Heute um, ich glaube 15.30 Uhr soll es dann möglich sein, die ganzen ETFs dann auch zu handeln, insgesamt waren es 11, die genehmigt wurden. Und wenn wir uns das mal angucken, also BlackRock, ne, das war es nicht, BlackRock war dann gestern so der erste, wo es durchgesickert ist, so ungefähr 21.45 Uhr, das genehmigt wurde. Danach gab es auch noch das SEC-Dokument, welches dann wiederum vom, ja, wiederum verschwunden ist von der Website, mittlerweile aber wieder online ist. Also das ganze Thema ist durch, Gensler hat sich auch nochmal dazu geäußert, sie unterstützen Bitcoin an sich nicht oder genehmigen Bitcoin an sich nicht, sondern einfach die Bitcoin als Wertpapiere, beziehungsweise als ETF. Ja, ansonsten, was kam gestern noch so ein bisschen raus? Was so etwas Verunsicherung stiftet, ist momentan die ganze BitGeld-Geschichte. Da gehen momentan so ein paar News rum, dass BitGeld möglicherweise, ja, sich der CEO verpisst hat und irgendwie noch ein paar Personen. Nur mal als Warnung, deswegen habe ich es auch gestern hier rein. Dann versucht einfach, oder zieht euer Geld da ab, so durch eine andere Börse zum Zwischenparken und dann sitzt es erstmal aus. Es heißt nicht, dass es wirklich so kommen muss mit BitGeld, kann aber sein. Ich will jetzt hier keinen FAT verbreiten, aber wenn dann, ist es auch meine Verantwortung, auch wenn ich kein BitGeld-Raffling verteile oder sowas, dass ich euch das hier mitteile, nur als kleine Warnung. Das könnte natürlich auch noch zu irgendwelchen Impact dann auf den Märkten führen, geben wir jetzt aber erstmal nicht davon aus, dass hier wieder eine Börse hops geht. Ansonsten, ja, Bitcoin schafft es momentan kein höheres Hoch mehr zu bilden. Wir haben hier zumindest, was die Schlusskurse anbelangt, tiefere Hochs und die Wicks hat es auch nicht mehr komplett abgefischt. Das heißt, wir sind momentan so in einer kleinen Downtrend-Richtung, das heißt auch mit so einem kleinen Doppeltop, was sich hier derzeit möglicherweise ausbilden könnte, jetzt nach der ganzen ETF-Geschichte, könnte es sein, dass sich das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen beruhigt und wir jetzt doch langsam wieder mal so in eine kleine Seitwärtsphase kommen oder zumindest mal hier unten wieder in den Bereich der 43.000 US-Dollar. Ich würde mich hier weiterhin erstmal ein bisschen fernhalten, was neue Trades anbelangt. Unser 44k-Trade, der läuft ja noch, dem wir hier unten reingegangen sind. Das heißt, wir warten hier jetzt erstmal noch ein bisschen ab, wie wir jetzt weiter mit der Position verfahren. Wir haben 50% raus, das heißt erstmal hier gar nichts mehr machen. Short-Trade-technisch ist hier leider nichts mehr dazugekommen, weil der Markt das einfach nicht mehr hergegeben hat. Das war mir hier oben deutlich zu riskant. Hier habe ich gepennt und ich dachte eher zumindest, dass wir uns diesen Wic hier nochmal holen. Wenn wir uns jetzt mal einen Traders-Reality-Indikator angucken, wenn er lädt, gut er lädt nicht, müssen wir doch nochmal ganz kurz aktualisieren. Dann müsste er aber laden. Schauen wir uns mal ganz kurz die Vector-Candles dazu an, wo diese liegen oder welche Level wir hier besser gesagt noch abarbeiten müssen. Da sehen wir, okay, der Wic hier ganz oben wäre schon nicht verkehrt bei den 48.000 US-Dollar. Nach unten hin haben wir noch eine kleine hier unten bei 44.700 US-Dollar. Je nachdem, welches Level zuerst angelaufen wird. Momentan sieht es eher danach aus, als ob wir eher nochmal nach unten gehen würden. Das heißt, hier nochmal Richtung 44.700 und dann vielleicht nochmal einen neuen Anlauf bis ins übergeordnete Golden Pocket hier nach oben hin starten. Weil das ist immer noch, eigentlich sollten wir zumindest mal das Golden Pocket anlaufen, um zumindest mal ein bisschen übergeordnet eine Reaktion zu sehen. Ob das dann möglicherweise hier dazu führen wird, dass wir hier dann nochmal einen riesen Crash sehen. Und mit Crash meine ich wirklich diese 22 bis 18k, die ich in diesem Bitcoin-Video gesagt habe. Oder ob das wirklich nur die Korrektur ist in Richtung 32k. 32k, das werden wir dann sehen. Aber verkehrt wäre es nicht. Wie gesagt, normalerweise in einem Bullrun, 20 bis 30% Korrekturen sind immer da. Ich möchte es nicht beschreien, aber die Möglichkeit bestünde. Und ich werde auf jeden Fall noch Kapital rumliegen haben, um möglicherweise diese Kurse bis 38, 32 und so weiter unten weiter einzukaufen. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Dort haben wir endlich mal ein bisschen Bullishness hier reinbekommen, nachdem wir hier dieses Hoch bei 2347 durchbrochen haben. Und dann auch als nächsten Step die 2445 US-Dollar. War ja auch gestern im Video das Ziel, dass wir hier zumindest mal die 2700 US-Dollar-Marke anlaufen. Danach sieht es derzeit aus. Wir haben vier Stunden Close über diesem WIG, beziehungsweise über dieser blauen Linie bekommen. Höheres hochgebildet. Und jetzt zieht Ethereum hier durch. Mit was hat es zu tun? Natürlich, es ist auch oder wird gemunkelt, dass auch ein Ethereum ETF früher oder später kommen soll. Gott lobe bitte nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze ETF-Scheiß-Geschiss hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Ethereum erst einmal Bullish. Wir haben Luft bis 2700 US-Dollar. Möglicherweise sogar hier bis knapp 3000 US-Dollar. Da muss meiner Meinung nach aber auch Bitcoin mitspielen. Also dass wir jetzt hier oben die Marke von 3000 US-Dollar brechen, sehe ich jetzt erst einmal nicht. Die 2700 US-Dollar-Marke wäre auch ein guter Take-Profit, sollte hier irgendjemand in irgendwelche Trades reingegangen sein. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Bitcoin-Dominance wird da deutlich am sinken derzeit. Also sieht zumindest so aus, die Altcoins dann, nachdem der Bitcoin-Spot-ETF dann genehmigt wurde, deutlich am ansteigen. Dann, was steht heute news-technisch an? Wir haben heute die VPI-Daten um 14.30 Uhr. Nicht nur, dass der ETF gehandelt werden kann. Nein, es kommen auch noch die VPI-Daten dann auf uns zu. Was wir da auch noch ein bisschen darauf achten müssen, sind natürlich die traditionellen Märkte, die kurz vor einem All-Time-High stehen. Also hier, der S&P 500 steht kurz vor einem All-Time-High. Das ist ja immer noch so dieser Faktor, das habe ich auch im Wochenausbild gesagt. Sobald der S&P 500 sein All-Time-High brechen sollte, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben dann diese Korrektur hier nach unten hin kommt. Also das mal noch im Blick behalten im Laufe des Tages. Eventuell kommt hier noch ein fälliges Short-Signal. Ansonsten halte ich mich hier erstmal fern. Gold weiterhin ein bisschen am Konsolidieren. Könnte sein, dass da heute nochmal ein bisschen Bewegung reinkommt, sollten die VPI-Daten deutlich ansteigen. Ansonsten, wie gesagt, relativ ruhig. Warten wir mal ab, was der Tag so bringt. Wie gesagt, Bitcoin momentan ein bisschen eher Seitenlinie, Long-Position. Können wir vielleicht nur mal überlegen, ob wir hier unten verlängern. Ansonsten, grundsätzlich alles neutral. Funding, Open Interest, gut möglich, dass sich dieser Pump noch etwas fortsetzen könnte. Ansonsten, wie gesagt, BitGet, vorsichtig. Und dann chillt euer Leben. Genießt es, Bitcoin ETF, es ist Geschichte geschrieben. Aber gut, wir gehen jetzt wieder zur Normalität wieder über. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen erfolgreichen Tag. Macht das Beste draus. Wir hören uns vielleicht dann später nochmal. Ansonsten, ja, Like da lassen, Abo da lassen. Telegram-Gruppe joinen. Und dann hören wir uns vielleicht später, wenn nicht, morgen früh. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.